Wir wenden uns jetzt den immunologischen Mechanismen zu, wobei ich gleich am Anfang darauf hinweisen möchte, dass wir uns einen wesentlichen Teil der allergischen Mechanismen nicht zuwenden werden, weil sie Teilgebiet der Allergologie sind, mit Ausnahme der T-Zell vermittelten Reaktionen vom Spättyp, die auch für die Umweltmedizin eine ganz relevante Rolle spielen wird. Zunächst einmal hier dargestellt die unspezifische Immunreaktion, die nicht über genetische Kodierung beeinflusst ist. Das heißt, solche unspezifischen Immunreaktionen können jedermann unabhängig von der genetischen Konditionierung widerfahren und es können Infektionen gleichermaßen wie Umweltnoxen solche Prozesse auslösen. Der wesentliche pathogenetische Mechanismen ist hierbei, dass es zur reaktiven Sauerstoffspeziesbildung kommt, die dann auf die T-Zelle einwirkt, dort die Entzündung durch Aktivierung von NF-KB auslöst und dadurch die Freisetzung von Zytokin, die hier unten dargestellt sind, Interferon-Gamma, TNF-Alpha und Interleukin-1-Beta in geringerem Umfang Interleukin-6 und Interleukin-8 in Gang setzt. Der wesentliche unterscheidende Punkt ist, dass es sich um keinen spezifischen Prozess handelt, um keinen Prozess bei der die T-Zelle sensibilisiert wird, sondern bei der ausschließlich Entzündungsbotenstoffe freigesetzt werden. Interferon-Gamma hat die größte Bedeutung unter diesen Stoffen und schon 2001 hatte Reut in seinem Lehrbuch Immunologie geschrieben, dass Interferon-Gamma die Zelle gegenüber intrazellulären Pathogenen anormal empfindlich macht. Das heißt, in dem Moment, in dem Stoffe in die Zelle hineinkommen und Interferon-Gamma freigesetzt ist, kommt es zu einer pathogenen Auseinandersetzung mit diesen Stoffen. Wir werden nicht sehr über Membranen in diesem Zusammenhang reden, das ist ein eigenes Thema, aber ich darf an dieser Stelle ergänzen, dass die Umweltschadstoffe ganz wesentlich dazu beitragen, dass Membransysteme durchgängig werden, dass Umweltschadstoffe in Zellen leichter eindringen können und dass diese Stoffe, die eingedrungen sind, dann natürlich solche Mechanismen leicht freisetzen können. Es war einer aus unserem eigenen Berufsverband, der auch als Dozent in diesem Studiengang auftritt, Frank Bartham, der als erster herausfand, welche zentrale Rolle Interferon-Gamma für die Entwicklung der Symptomatik von MCS-Patienten spielt. Und es ist hier auf der rechten Seite dargestellt, dass diese Patienten mit MCS von Haus aus einen sehr viel höheren Pegel von Interferon-Gamma aufweisen, der hier dargestellt ist. Hier ist er bei einer nicht erkrankten Kontrollgruppe untersucht. Das ist der Pegel hier. Und das ist der Interferon-Gamma-Pegel, der gemessen wurde in der untersuchten Gruppe nach Exposition gegenüber den Schadstoffen. Das heißt, diese Patienten leben unter einem dauernden entzündlichen Prozess, der durch Interferon-Gamma sehr geprägt ist. Der Pegel ist in Ruhe bereits hoch und er wird durch Exposition noch weiter hinaufgetrieben. Interessant ist auch, was diesen Prozess kontrollierende Interleukin-10 ausmacht. Denn in der gleichen Untersuchung konnte gezeigt werden, dass der Gesunde einen deutlich höheren kontrollierenden Interleukin-10-Pegel zur Verfügung hat. Dass Patienten, die an MCS leiden, von Haus aus weniger Interleukin-10 haben. Und dass Patienten nach Belastung nur geringfügig diesen Interleukin-10-Pegel erhöhen. Schon daraus kann abgeleitet werden, dass es keine atopische Erkrankung ist. Denn Interleukin-10 findet man bei den Atopikern eigentlich hoch. Und es konnte abgeleitet werden, dass es eine entzündliche Erkrankung ist, bei der Interferon-Gamma eine große Rolle spielt. Obwohl diese Grundlagenkenntnisse seit langem bekannt sind, wird dennoch MCS bis zum heutigen Tag als eine somatoforme Störung von den meisten Gutachtern dargestellt. Hier habe ich Ergebnisse aus eigenen Untersuchungen dargestellt. Und es handelt sich um eine Person, die auf den Weichmacher der Phthalate reagiert. Und wir sehen, dass bei Exposition gegenüber diesen Phthalaten Interferon-Gamma, die rote Kolumne hier stellt Interferon-Gamma dar, erheblich freisetzt. Zur Kontrolle bei der gleichen Person die Reaktion auf ein Influenza-Antigen. Und da sehen wir, dass der Entzündungsprozess, der unspezifische Entzündungsprozess ohne Interleukin-2-Beteiligung, dass der deutlich stärker ausfällt bei dieser Person als die entzündliche Reaktion gegenüber Influenza-Antigen. Hier unten sehen wir eine gesunde Kontrolle, gute immunologische Reaktion gegen Influenza-Antigen, überhaupt keine Immunreaktion gegenüber den Phthalaten. Diese Person würde unter diesem Weichmacher-Schadstoff nicht besonders leiden. Nun einige Beispiele solcher entzündlicher Reaktionen. Und ich habe es hier dargestellt bei Toluol, ein Bestandteil der Lösemittel. Hier das in den 60er bis Mitte der 80er Jahren in erheblichem Umfang in Deutschland auch in Innenräumen eingesetzte Pentachlorphenol. Und wir sehen massive Entzündungsreaktionen, die über das Ausmaß der Interleukin-10-Freisetzung nicht mehr kontrolliert werden. Selbst Titan löst bei dieser Patientin eine deutlich entzündliche Reaktion über Interfon-Gamma aus. Und hier die später in der Folge des Pentachlorphenols verwendeten Pyrotroide, die man über lange Zeit so harmlos dargestellt hat. Hier nun die Darstellung der spezifischen Immunreaktion. Und was bedeutet spezifisch? Es bedeutet, dass es zu einer Proliferation kommt, zu einer T-Zell-Proliferation bei gleichzeitig stattfindender Entzündung. Wie läuft dieser Prozess ab? Er ist anders als der vorhin dargestellte unspezifische Prozess über das MHC-II, Major Histocompatibility Complex, restringiert. Das heißt, hier bestehen erhöhte Bereitschaften bei einzelnen Menschen und andere haben geringe. Wir benötigen hierzu eine Proteinstruktur oder eine Struktur, die im Körper an ein Protein gebunden wird. In diesem Fall sprechen wir von dem Antigen von einem Hapten und nicht von einem Vollantigen. Proteine sind für sich bereits Vollantigene. Diese Strukturen werden gegenüber Antigen präsentierenden Zellen präsentiert. Diese Zelle nimmt es auf, präsentiert das Ganze über die Codierung des Major Histocompatibility Komplex, dem T-Zell-Rezeptor. Und dies führt wieder über Freisetzung von diesem Interleukin-II zu einem Klon dieser T-Zellen. Der dann einsetzende entzündliche Prozess hat durchaus Ähnlichkeit zu dem unspezifischen. Auch hier spielt NF-KPB eine bedeutsame Rolle. Aber diese Zelle kennt von diesem Moment ab diesen Gegner, mit dem es zu tun hat. Und diese Zelle wird nur in diesem Fall reagieren und nur wenn Identität zu dieser Struktur besteht, kommt es zu diesem entzündlichen Prozess. Der entscheidende Zytokin-Unterschied ist in diesem Fall die Beteiligung von Interleukin-II, die bei diesem Prozess keine entscheidende Rolle spielt. Auf diesem Bild habe ich dargestellt, dass das T-Helfer-Zell-I und T-Helfer-Zell-II-Zell-System, die Situation ist inzwischen etwas komplexer geworden als hier dargestellt. Aber ich denke, für das Grundverständnis reicht es. Beide stammen von der TH0-Zelle ab. Dieses System sollten wir in einer ausgewogenen Funktion haben, wenn wir keine besonderen Krankheitsmerkmale aufweisen. Und ich habe in den jeweiligen Kolumnen an den Seiten die wesentlichen Zytokine dieser Systeme dargestellt. Sie sind noch komplexer geworden. Die Zahl ist noch größer. Ich denke, wir sind auch nicht am Ende. Aber es soll zeigen, dass die einzelnen Seiten durch ihre speziellen Zytokine geprägt sind. Ein solches System soll passagär eine Dysbalance erreichen. Nehmen wir an, ein grippaler Infekt tritt ein. Dann ist gewünscht, dass das Gewicht sich auf diese Seite verlagert, dass dieses System abwehrend aktiv wird und dass dann, wenn der Prozess überwunden ist, das System wieder in diese Balance zurückgeht. Liegt ein Parasit vor, liegt eine Wurmerkrankung vor, wünschen wir, dass das Gewicht auf diese Seite sich legt, weil dieses System sich sehr gut eignet, sich der Parasiten zu entledigen. Interleukin 4 wird freigesetzt. Interleukin 10, es kommt zur Bildung von Histamin in den Mastzellen. Diese setzen es frei. Die Histamin- und histaminartigen Substanzen sind toxisch und giftig für die Würmer. Sie beschädigen sie. Sie zerstören sie und töten sie ab. Und schließlich steigert es die Mukusbildung. Dort wird es eingebunden und ausgeschieden. Also bedarfsweise sind Dysbalancen gewünscht, um bestimmten Aufgaben nachzugehen. Schwierig wird es, wenn es zu einer Verlagerung der einzelnen Immunleistungen auf Dauer zu einer Seite kommt. Und hier haben wir eine solche Verlagerung durch chronische Inflammation, die durch chronische Infektionen ausgelöst sein kann. Inflammation mit T-Zellverwehrung und Polyphoration durch Noxen oder T-Zell mediierte Autoimmunität, die auch in diese Gruppe gehört. Wenn solche Prozesse fortdauernd da sind, entwickelt sich leichter eine koronale Herzkrankheit. Typ-4-Allergien können vorliegen. Die T-Zell-Aktivierung, das werden wir später noch anschauen, führt immer zu einem Energieverschleiß und immer zu Müdigkeit und schließlich auch zu Depressionen. Auch das werden wir anschauen. In jedem Fall führt die ständige Aktivierung dieses Systems zu einem erheblichen Energiebedarf bzw. Energieverlust, weil Energie beständig verbraucht wird, um dieses entzündliche Feuer mit gleichzeitig verbundener T-Zellvermehrung in Gang zu halten. Hier nun einige Beispiele solcher T-Zell-Aktivierung. Dies zeigt die Sensibilisierung der Patienten gegenüber Metallen. In der Regel sind es Dentalmetalle, aber auch Metalle aus Endoprothesen, teilweise auch aus Klipsen im Abdominalbereich. Und wir sehen die Rate der Sensibilisierung gegenüber solchen inkorporierten Metallen in der hinteren Säule vor der Durchführung einer Behandlung. Die Fallzahl lag bei 124. Unten sind aufgelistet die einzelnen Metalle. Und hier die Höhen der Stimulation von Lymphozyten gegenüber diesen Metallen. Was bedeutet Stimulation von Lymphozyten? Wir wissen, dass bei einer Sensibilisierung der T-Zellen, wie wir es zuvor angesehen haben, die Lymphozyten sich im Reagenzglas durch Zugabe des auslösenden Antigens stimulieren lassen und sich sehr vermehren. Diese Stimulationsindizes geben an, in welchem Umfang das ist und welche Fallzahl betroffen war. Beseitigen wir den Auslöser, kommt es zu einer Rückbildung der Aktivierung von T-Lymphozyten. Und wir sehen das hier in der vorderen Kurve. Fast alle sind normal gewesen. Nur wenige waren nach einem Jahr, nach Entfernung der Metalle, noch nicht ganz in den physiologischen Bereich abgesunken. Herausragte damals bei dieser Erhebung, die ich vor etwa 15 Jahren gemacht hatte, herausragte damals Nickel. Der Hintergrund war, dass diesem alltäglich vorkommenden Nickel nicht so gut aus dem Weg zu gehen war, dass es in der Nahrung enthalten war. Dies haben wir in den heutigen Empfehlungen besser berücksichtigt, sodass wir auch bei Nickel einen deutlich besseren Rückgang erzielen können als in der damaligen Studie. Nickel eine Reaktionsfreiheit in der Regel nicht, weil doch geringe Mengen beim Essen gehen, beim Essen von Nahrung aus Großküchen nicht wirklich verzichtet werden kann und so eine Restsensibilisierung bleibt. Entscheidend war, dass die Beendigung der Exposition in diesen Fällen bereits zu einer weitgehenden Normalisierung dieser Stimulationsindizes geführt hat. Bis heute wird trotz einer erdrückenden Datenlage dieser Test in seiner Nützlichkeit angezweifelt. Ich hatte damals meine Fälle im Rahmen einer Gesamtstudie eingebracht und es waren europaweit dreieinhalbtausend Fälle zusammengetragen. Die Resultate waren von allen Autoren gleich. Es eignet sich der LTT ausgezeichnet, um eine T-Zell vermittelte Sensibilisierung gegenüber den Metallen nachzuweisen. Die Schleimhäute stellen eine besondere Problematik dar und immer wenn wir solche Ergebnisse erzielen, wird gefordert, dass an der Schleimhaut etwas gesehen werden müsse, wenn es von dentalen Materialien ausgeht. Und diese Vorstellung wird den tatsächlichen Ergebnissen der wissenschaftlichen Untersuchungen nicht gerecht. Es hat vor allen Dingen Nielsen und Klaschka hatten 1971 diese Problematik untersucht, weil sie versuchten, einen Epikotantest, wie wir ihn an der Haut bei Sensibilisierung durch Fremdstoffe anwenden, eine Form des Epikotantestes auch an Schleimhäuten zu etablieren. Es gelang nicht aus methodischen Gründen und sie fanden damals heraus, dass die Antigenkonzentration an Schleimhäuten deutlich höher sein muss, um eben das klinische Bild einer Kontaktreaktion auszulösen. Es gibt gelegentlich Ausnahmen und so habe ich eine hier dargestellt. Wenn eben eine Metallplatte dauerhaft dem Gaumen anliegt, dann kann es tatsächlich auch mal zu einer solchen Kontaktreaktion an einer Schleimhaut kommen, weil die Antigene nicht schnell über den Speichel abtransportiert werden, sondern hier vor Ort bleiben. Das ist aber eigentlich eine Ausnahme. Die Epikotantestung eignet sich für die Testung von Schleimhautreaktionen nicht. Sie ist auch dafür gar nicht validiert. Sie ist validiert, um Reaktionen an der Haut zu klären, die durch Aufbringung von Substanzen auf die Haut tatsächlich ausgelöst sind. Wir wissen von den Arzneimittelallergien gegenüber geschluckten und in Tablettenform genommenen Arzneimitteln, dass der Epikotantest praktisch außerstande ist, diesen Zusammenhang zu beweisen und dass der Linfozytentransformationstest die entscheidende Methode ist. Hier nun ein Beispiel umfangreicher Sensibilisierung gegenüber einer ganzen Vielzahl von Umweltschadstoffen. Wir sehen hier Latex dargestellt, Pentachlorphenol, chlorierte Kohlenwasserstoffe, Polychlorierte Bifenyle, hier das Permethrin, hier Phtalsäureanhydrit, zu den Phtalaten gehörend. Und hier nun eine ganze Reihe von Schimmelpilzen. Eine Person, die in dieser Form betroffen ist, findet in der heutigen Welt praktisch keine passende Wohnmöglichkeit mehr. Sie muss sich in besonders geschützte Bereiche zurückziehen, kann am gesellschaftlichen Leben nicht mehr ohne weiteres teilnehmen, weil der Kontakt mit solchen Stoffen in der heute üblichen Lebensweise kaum mehr zu meiden ist. Solche Personen sind ausgegrenzt aus dem sozialen Leben. Sie sind aber auch ausgegrenzt aus der Ärzteschaft, weil die komplexe Symptomatik, die sie schildern, nicht ernst genommen wird. Und weil die körperliche Unversehrtheit, die sie oft haben, natürlich darüber hinweg täuscht, in welch schwerer Form sie erkrankt sind. Diese Patienten mit hochgradigen Sensibilisierungen gehören zu den Erkrankten, die am schwersten erkrankt sind. Die Studie am Robert-Koch-Institut hat gezeigt, dass die hochgradige Sensibilisierung noch höher in den Auswirkungen einzuschätzen ist, als die meisten Herzerkrankungen, auch als die allermeisten Tumorerkrankungen. Der Schweregrad wird im Bereich der Rentenversicherung bis heute weit unterschätzt. Hier ein Beispiel aus der Zahnheilkunde. Eine T-Zell vermittelte Sensibilisierung gegenüber dem wahrscheinlich am häufigsten in der Zahnheilkunde eingesetzten Methylmetacrylat mit einer doch deutlichen Stimulationssteigerung in dieser Testung. Die Borreliose bietet eine breite Diskussion des Themas, ob der Lymphozyten-Transformationstest geeignet ist, diese Krankheit nachzuweisen. Die Diskussion findet derzeit relativ unsachlich statt und die unterschiedlichen Meinungen prallen heftig aufeinander und es wäre doch so wichtig, hier einen Konsens zu finden. Nach dem Statement der Deutschen Borreliose-Gesellschaft eignet sich das Verfahren ausgezeichnet, um zu unterscheiden, ob eine Borreliose abgelaufen ist und wir serologische Narben in den Antikörperuntersuchungen sehen oder ob sie behandlungsbedürftig ist. Wir müssen ja verstehen, dass die Behandlungsnotwendigkeit über Antikörper nur dann zu erkennen ist, wenn die Infektion frisch ist und IgM-Antikörper produziert. Das tut sie aber nur über eine sehr kurze Zeit. Danach wechselt sie in IgG-Antikörper und die können nach durchlebter Erkrankung da sein, die können aber auch bei einer weiter Floridenerkrankung vorhanden sein. Wir haben also keinen Hinweis, wie wir als Ärzte entscheiden können. Jüngste Studien von Volker von Beer haben gezeigt, dass die Aktivierung der T-Zellen und der Nachweis im Lymphozyten-Transformationstest ausgezeichnet in der Lage ist, diese Frage zu beantworten und die Behandlungsnotwendigkeit zu klären. Der Darm ist bisher in dieser Problematik praktisch nicht beachtet worden. Wir haben uns sehr mit den IgE-vermittelten Sofortreaktionen am Darm beschäftigt und den daraus resultierenden Nahrungsallergien, die eigentlich nicht schwer zu erkennen sind, weil sie so schnell nach Exposition auftreten, dass die meisten Patienten dies selber wissen, wann der Moment gekommen ist, wenn sie etwas nicht vertragen. Sehr viel interessanter sind Reaktionen durch T-Zellen, die dann am Endothel ablaufen und eben Lücken in dieses Endothel einbringen können. Und wir sehen dann hier auf dieser Folie, was daraus wird, wenn solche Lücken im Endothel entstehen. Es können plötzlich Keime des Darmlomens durchtreten. Das können sowohl physiologisch vorkommende Keime sein, als auch pathogene Keime, die dann in das Gewebe eindringen, die durch diese Spalten der nun offenen Tide-Junkens tatsächlich an das Immunsystem des Darms herankommen. Und nun eine Auseinandersetzung mit den Immunzellen tatsächlich in Gang setzen. Wir sehen in solchen Situationen, dass die eigene Darmflora invasiv werden kann und pathogenen Charakter bekommen kann. Wir sehen, dass pathogene Keime eintreten können. Und was besonders wichtig ist, es kann Nahrung, bevor sie zu Ende verdaut ist, können Nahrungsbestandteile durch diese Lücken das Endothel passieren und dadurch eben viel leichter als üblich Immunreaktionen auslösen. Entsprechend sehen wir hier auch im Lymphozyten-Transformationstest Reaktion auf Nahrungsmittel. Und Sie sehen in der hinteren grünen Säule die Reaktion vor einer therapeutischen Maßnahme. Und die therapeutische Maßnahme ist die Eliminationsdiät, wenn Sie ein solches Ergebnis haben. Und das sind die Ergebnisse ein Jahr nach einer konsequent durchgeführten Eliminationsdiät. Das bestätigen die Patienten auch die erhebliche Besserung eben nicht nur eines Laborresultats, sondern auch das klinische Befinden. Was bisher zu wenig bekannt ist bei diesen T-Zell-bedingten Reaktionen auf Nahrungsmittel, dass die Symptomatik eine gänzlich andere ist, als die, wie wir sie von den IgE vermittelten Reaktionen kennen. Das entscheidende Symptom ist die Erschöpfung und die Müdigkeit bei diesen Reaktionen infolge des hohen Energieverbrauchs auf dieser riesig großen Fläche des Darms und bei dieser sehr, sehr großen Zahl der Immunzellen. Die Patienten erzählen, dass sie eine Stunde nach Mahlzeiten so erschöpft sind, dass sie sich hinlegen müssen. Sie können ihre Arbeit nicht mehr weiter versorgen. Es ist eine ganz dramatische Form des Leistungsverlustes, die sich dann dort zeigt. Es sind nicht so sehr akute Durchfälle, es ist nicht der Brechreiz und es sind keine Schnupfensymptome und auch kein Asthma, sondern allem voran eine erhebliche Erschöpfung. Es stellt sich mir selbst die Frage, haben wir mit dieser inzwischen nun gut erkannten Reaktion es mit dem ursprünglichen Kolon irritable zu tun? Es wird die Zukunft weisen, ob das der Fall ist. In diesem hier dargestellten Beispiel hatte sich die Immunreaktion gegenüber all diesen Produkten, gegenüber denen eine Sensibilisierung bestanden hat, zurückgebildet. Der Leistungsgewinn ist für die Patienten eklatant. Der Aufwand ist zu erreichen sehr begrenzt. Man braucht keine Medikamente anzusetzen und allein die diätische Maßnahme erreicht das Ziel. In diesem Zusammenhang will ich noch ein weiteres Problem ansprechen, das bis heute eigentlich nicht gut erkannt ist und auch eine Sicht Ihnen darstellen, die von vielen Autoren sicher so noch nicht geteilt wird. Es geht um die Immunreaktion gegenüber dem Gluten. Uns ist bekannt, dass Gluten eine Zöliakie auslöst und wir wissen, dass Antikörper gegenüber Entomysium eine tragende Rolle spielt. Dieser Prozess der Antikörperreaktion spielt sich entlang dieser Basalmembran ab und die Schäden, die sich dabei entwickeln infolge dieser immunologischen Reaktion, sind sehr an der Oberfläche der Schleimhaut. Das Zottenrelief wird wesentlich beschädigt. Die Zotten verändern ihre Oberflächenmorphologie, sodass bei einer Endoskopie dieser Schaden sehr gut sichtbar wird. Anders ist es, wenn eine T-Zell vermittelte Sensibilisierung gegenüber Gluten vorliegt, weil hier das zelluläre System eben reagiert. Diese Zellen liegen sehr viel tiefer im Submukösengewebe. Entlang der Basalmembran passiert überhaupt nichts und die Zotten bleiben in ihrer Form völlig erhalten. Bei der Endoskopie wird dieser Prozess nicht bemerkt. Die entzündliche Reaktion in tieferen Submukösenabschnitten wird mit dem Endoskop nach oben nicht durchscheinend gesehen. Bei der Endoskopie wird in der Regel festgestellt, dass dieses Problem nicht vorliege, weil die typische Symptomatik fehlt. Auch diese Patienten haben Müdigkeit und Erschöpfung als vorrangiges Symptom. Und man kann es ganz gut nachweisen, wenn man tatsächlich eine sehr tiefe Biopsie entnimmt, die bis in diesen Bereich geht. Das ist methodisch schwierig und auch nicht ungefährlich, weil man dabei immer in dem Bereich der möglichen Perforation ist. Ich habe es histologisch untersucht dann, wenn aufgrund von operativen Maßnahmen ein Darmstück entnommen werden musste, weil dann konnte man eben Gewebe untersuchen, ohne eben für den Patienten ein Perforationsrisiko zu erzeugen. Die histologischen Untersuchungen sprachen dann immer von unspezifischen lymphozytären Entzündungen in der Submukosa. Sie sind natürlich nicht unspezifisch, aber was histologisch nicht gesehen werden kann, ist, dass es sich um geklonte T-Lymphozyten sind, die alle auf gleiche Strukturen sensibilisiert sind. mentioniert sind die Pfeier, oder an der Darmstück in der Submukosa die alle auf gleiche Strukturen sensibilisiert sind. Vielen Dank.